Ein Mann, einer aus dem Sachen verkaufen war, ist da ins Land gefordert, vor die Bauern sehen und vor Verkaufen. Er war ein arig-hörter Demokrat. Unterwegs hat ein Junge angetroffen, als nebenan der Strasse gestanden hat und gefragt hat, ob er mitfordert. Er hat gestoppt und hat den Jungen mitgenommen. In 1, 2, 3 hat der Mann der Junge gefragt, ob er ein Demokrat war. Oh nein, hat der Junge gesagt. Er war ein Republikaner. Weil der Mann das auch gefahren hat, ist immer der Junge hergegangen und hat ihm gesagt, wie letztes wäre, für ein Republikaner zu sein und wie gut es wäre, für jeder Mensch und für das Land, für ein Demokrat zu sein. Er hat ihm auch gesagt, er denkt, er sollte sich drehen und soll ein Demokrat sein, mit dem er gut genug war, für ihn mitnehmen auf dem Weg. Der Junge hat gewusst, wann er gefahren war und hat eins gemacht, dass er sich besser drehen. Er hat dem Mann gesagt, wann alles so wäre, wie er sagen würde. Und mit dem, als er gut genommen wäre, für ihn mitnehmen auf der Straße, dann wäre er von da ab ein Demokrat. Sie sind eine Weile fahrt gefahren und immerdem sind sie an dem Bauern seinem Wassermalon-Stick vorbei. Im Stick wurde der schöne, große Wassermalon. Der Mann hat gestoppt nebenan der Straße und hat dem Junge gesagt, er sollte nein, Sticky und ein Wassermalon holen. Der Junge hat sich lang gesteibert und gewährt, aber der Mann hat drauf gestanden und wollte ein Wassermalon haben und der Junge soll sie aus dem Feld holen. Endlich hat der Junge eingehört und hat gesagt, er geht. Er hat gesagt, er wird es nicht tun und er wusste, dass es nicht recht wäre. Aber mit dem, als der Mann so gut gewesen wäre und hätte ihn mitgenommen, dreht er ihm dann Folie nahe. Gleich ist der Junge aus dem Stick gekommen mit einem schönen, großen Wassermalon. Er ist über der Fenster gegradelt in die Straße und hat die Wassermalon in den Mann sein Buggi gelegt. Der Junge hat den Mann so groß angeguckt, wenn er den Kopf geschüttelt und hat noch gesagt, Ei, 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 als es dann sein kann. Da bin ich ein Demokrat für just bei zwei Minuten und ich bin schon am Stehlen. Ich hätte nicht lange denken bleiben, ob es auch ausgibt. Das war die Worte, die wir mal draus haben, Stimmen zusammenarbeiten. Wie er zum Bauern gekommen ist, draus haben wir mit dem Mischthaufen. Leute sind beigekommen, für das Elend zu sehen und der Bauern hat die Leute noch gesagt, dass Sparky dort noch einen Campaign-Speech machen würde, gerade beim Mischthaufen. Wie er Sparky bekannt gemacht hat, greift er aus den Druckleuten und hat gewonnen, welches der Mischthaufen wäre. Einer hat mir erzählt, wie er einmal im Yoga-Wort drogen an der Blutbarren und hat vier unterschiedliche Kugel geschossen mit einem Kugel. Er hat erst einen Hals gesehen in die Hecke und hat ihn drauf geschossen. Der Schuss ist durch den Hals und hat ihn umgerissen. Die Kugel ist durchgegangen und von welcher und ein scharfer Steh geflogen. Der Steh hat die Kugel gerade in die Mitte durchgesplitten. Und eine Hälfte von der Kugel ist nebenher in die Hecke geflogen und hat einen Busch versandt. Die Kugel ist durchgegangen und hat einen Wilmer-Welsch-Hohne getroffen und ihn durchgeschlagen. Nun, der Nost hat auch abgerissen und er hat ihn untergefallen auf das Haus und hat den Zellern durchgeschlagen. So bis alles vorbei war, hat der Jäger vier Getüren geschossen mit einer Kugel. Ein anderer Karl hat mal erzählt, wie er mal draus war im Jäger. Einen langen Tag bis oberen ganz spät. Im Jäger spät im Tag hat er nebenher in die Hecke gemisst für etwas zu schaffen. Er hat seinen Röck aus und hat nicht gerade einen guten Platz finden können für den Röckauhänger. Es war ein neues Licht gewesen und wie der Jäger sich noch einmal rumgedreht hat, hat er so einen Schau vom Mond gesehen, dadurch die Beine. So war er händig, so hat er seinen Röck ans Ehend von der Dünne Schau vom Mond gehängt. Bis er fertig war mit seiner Arbeit, war der Mond aber weit weit am Bad genannt und viel höher in der Luft. Der Mond hat seinen Röck nicht kriegen können und hat er so heimgegeben müssen. Er war aber gescheit genug und gut geschliffen. Er hat just ein paar Wochen gewohrt, bis es voll Licht gekommen ist. Wie der Mond schön rund und voll war, ist der Röck abgefallen. Der Mond hat keine Hörnacht für etwas draufhängen, wenn es voll Licht war. Der Röck ist runtergefallen und der Jäger ist an dem Platz im Busch, wo er der Röck mal an den Mond gehängt hat. Da ist der Röck runtergefallen und da hat der Jäger seinen Röck aufgegeben und wieder zurückgekriegt. Das war mein Lehrer, er hat immer so hart drauf nachgekommen wie es am Tisch und er hat uns gefressen hat wie noch alle anderen. Seine Frau hat immer gut gekocht mit seinem Haus und er hat uns gesagt, solange es er hat zu schaffen, will er alles einbringen, soll er auch gut essen und sie kann es kochen. Mal ein Tag um dich, war er wieder so arg am Fressen, hat seine Frau gesagt zu ihm, du gehst ja auch wie die Säume trug. Wenn du so hart machst, dann frech dich mal tot. Der Mann hat sich zurückgelassen im Stuhl, hat ein bissl gelacht und seine Frau so schepp angeguckt. Dann sagt er, äußern wir aber ein süßer Tod.